Omajor, Wallride, du, GTA 5. Muito grande, mas fácil. Also der letzte Satz heißt, dass der Größteil einfach ist. Was für eine Sprache des Ersten ist, keine Ahnung. Vielleicht Portugiesisch. Ich glaube, das ist das Zweite, der ist die gleiche Sprache. Ja, ich glaube, dass es Portugiesisch ist. Welche Karre nennen wir? Osiris ist recommended. Der hat ein anderes Auto genommen. Jetzt gibt es auch den Osiris, der ist ja sein Problem. Wenn der Creator sagt, dass ich für den Osiris empfohlen, den Boost, dann sollte man den nehmen. Richtig. Oh, ich sollte vielleicht meine Beine vom Tisch nehmen. Wow, was ist das? Oh mein Gott, ey, es ist so unfair. Ja, es ist so unfair. Warum, warum? Weil der mich gerammt hat, sodass wir beide runtergeflogen sind. Wir sind alle runtergeflogen. Ey, bist du auch runtergeflogen? Ja, ja. Ach so, ey, dann ist das nicht unfair. Jetzt bin ich oben. Oh, 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 oh. Ey, Dinger, das ist so schwer. Nein, ach was? Oh, 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 oh. Das ist relativ einfach. Ah, wahr, Junge. Einfach nur Gas geben und immer ein bisschen nach rechts tippeln. Gegen die Schwerkraft arbeiten. Ah Mann, mich fetzt es schon wieder runter. Ach was, das ist voll einfach. Ich schaff's ja. Ich bin schon am Ende gleich. Ich schaff's echt nicht. Ich bin am Ende. Ich hab's. Die ganze Zeit. Ja, mach's doch auf die Laut los. Ja, hab ich jetzt gemacht. Oh mein Gott, ich hab nen Trick gefunden. Was für ein Trick? Ich bin auf dem Dach von dem Ding. Oh, du Hund. Was ist das für ein Streck? Hä, wo muss ich überhaupt hinfahren? Hoch, immer weiter hoch. Der ist ja gerade so abgestürzt. Ist das du? Wo da rum kurz? Ah, ne, das ist der andere. Ich bin oben auf dem Ding, wie gesagt. Echt? Schön. Wie hast du eigentlich hingekriegt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach drüber geschanzt und dann war ich auf einmal oben. Du musst zum Ende und dann ist da so ein Checkpoint, den du kriegen kannst. Ach, das geht einmal ganz rum, oder was? Ja. Was ist das für eine Scheiße? Das ist der größte Wallride und du tust hier kein Wallride machen. Ja, weil ich den Wallride nicht schaffe. Ja, bist du kacke, ne? Ich schaffe eh nicht, weil das Ziel, glaube ich. Du hast doch gesagt, mit Controller gehst du voll ab. Jetzt hast du Controller, jetzt bist du kacke. Ich gehe auch eigentlich voll ab. Für Runde 2. Ja, hier ist der Checkpoint. Hier ist der Checkpoint. Ich bin schon... Ich sehe dich gerade, wie du aufhörst. Ich fange schon wieder das zweite Mal an. Hey, ich bin mitten in der Luft gespawnt. Warum spawnst du auch? Du musst ja da runter springen. Ja, dann bin ich jetzt gefickt, ne? Jetzt kannst du ja jetzt... Jetzt spaw ich immer in der Luft. Ja, aber du kannst ja dann einfach weiterfahren zum nächsten Checkpoint, wenn du auf dem Boden wieder landest. Ach, der Checkpoint ist wieder auf dem Boden, oder was? Ja, ja. Achso, ne, das ist der gleiche Checkpoint wieder, oder was? Nein, das ist da vorne. Nein! Alter, ich habe es ganz am Ende, bin ich runtergefallen. Oh Gott, wo spawne ich denn jetzt? Habe ich ein Checkpoint bekommen? Ich bin gerade verwirrt, was abgeht. Also ich bin jetzt nochmal am Start. Ich fahre jetzt wieder hoch. Hä, wieso? Hast du die Runde gemacht? Bist du schon in Runde 2? Ja, also ne, keine Ahnung. Ja, du musst doch den nächsten Checkpoint holen, du Affe, wenn du den oben hast. Ja, wo ist der nächste Checkpoint? Auf der Straße. Wenn du spawnst, fliegst du runter und dann gibt es da so Pfeile, die dich leiten. Du hast mich überrundet. Ja. Weil ich bin auch runtergefallen. Und ich bin einfach zum Checkpoint gefahren, zum nächsten. War keiner im Spiel übel zu schienen. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, wie es geht, dann... Hat der andere dich auch schon überrundet? Nö. Weil der auch da hinten ist. Ja, aber von dem habe ich die Benachrichtigung noch nicht bekommen. Mann, hätte ich das von Anfang an gewusst, dann wäre ich jetzt auch in der gleichen Runde wie hier. Ja, 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 ja. Hättest du was gewusst. Dass ich da auch rum drüberfahren kann. Tja, schummeln. Stimmt doch gar nicht. Das ist ein einziges Risikobegrenzer. Ich bin im Ziel. Ich bin... Ich bin in Runde 2 gleich. Also irgendwie startet das nicht, wa? Ja, ich kann da auch nichts dafür. Doch, das ist seine Schuld. Jetzt startet's. Ah, jetzt abgestattet. Was? Bumsbirne. Ja, ich konnte nichts auswählen. Ich auch nicht. Wahrscheinlich hat's bei den anderen schon gestartet und wir sind jetzt... Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ach so, nee, das ist doch dieses... Transformationsraum. Genau. Lassen. Auf den Boost. Aber wir konnten da gar nicht wetten. Ja, deswegen glaube ich echt, dass es so war. Mann. Da kann man auch rechts lang fahren. Weil, nee, ich glaube... Boah! Da geht's wahrscheinlich zurück. War verwirrt. Ach, du warst der Erste, der dagegen geknallt. Ja, ich dachte, ich muss nach links, weil ich den Checkpoint links zuerst gesehen habe. Man hätte auf der anderen Seite auch lang gehen können. Oh nein, ich hasse Flugzeug. Ist ein Flugzeug gleich? Ja. Entspannter war das. Man kann aber gar nicht schießen. Wieso sollte man auch schießen können? Ja, weil das Jets sind. Was sind das für Ringe? Ja, du... Die Kissen zeigt dir die beste Mut an, um die Linger zu erwischen. Ich bin... Ey, man sagt doch zu Bier auch flüssig Brot, gell? Warum? Ach so, Bier, ja. Ich hab verstanden, zu dir. Wer erst heißt einfach Liquid Bread. Alter, ich krieg den Checkpoint nicht. Ich hab den letzten sogar wieder erwischt, aber Gott weiß wie. Mich hat's viermal gedreht. Jetzt, jetzt hab ich ihn jetzt, jetzt, ja. Liquid Bread, jogi. Geh mal sein Ehre, Mann. Oh, unser... unser 348er ist erster. Ja, ich bin zweiter. Echt? Ich bin fünfter. Und fünf, schätze ich mal. Oh, da kann... man kann ja wieder ein Auto werden. Ja, ja, zum Glück. Ich hasse Flugzeugen aber nicht. Wobei es ganz gut rum ging eigentlich. Stuhl rechts oder links rum? Rechts. Ja, ich hab rechts rum. Dreh's. Boah, Junge, das ist so geil. Du darfst dich da nicht verhindern, dass du mal Kopfüber fährst, oder sonst haut's dich auf die Fresse. Ja, wie Kopfüber? Ja, Kopfüber. Wenn du diesen Teilen ausweichst, dass du dann halt mal Kopfüber oben an der Decke fährst. Ja, klar. Den darfst du nicht ausweichen, weil sonst haut's dich auf die Fresse. Ja, ich bin grad Kopfüber gefahren und bin gegen das Teil gefahren. Ja, ich bin zweiter... Oh, der kam 20 Millisekunden vor mir raus. Ich bin... Oh! Oh, da werden wir zum Boot, Junge. Was geht denn hier ab? Ich hab's Heftsmart begangen. Oh nein, das sind die Boote. Die sind so arschlangsam. Direkt nach der Transformation kann man eigentlich... Gut, ich bin erst sechs Sekunden hinterm Bunny. Aber 32 hinter dir. Äh, 33. Wie hinter dem Erschel? Liquid Red? Ja, der ist ähnlich wie du. Ja, der ist auch direkt vor mir. Ich bin jetzt auch gleich im Boot. Booten kannst du nicht genau... Oh, was ist denn die Bohlenmanöver von King Karim? Ich bin im Boot. Ja, die Boote gehen doch ab. Oh, Alter, die Boote sind so nervig. Warum kann ich nicht mit meiner Yacht fahren? Weil die generell nicht fahren kann. Und weil die nicht dir gehört. Doch, die gehört ja. Nein. Sondern? Dein Bruder. Ja. Ja. Nein, schon wieder Flugzeug. Ja, von der teilt man doch alles. Ach so. Seht ihr das auch so? Wie wäre das auch so? Ich hab's. Oh nein! Alter, wie soll ich denn da aufholen? Bro, das ist so... Du musst da... Du musst da... Äh... ...gedreht fliegen. Sonst explodierst du. Explodieren? Ja, sonst fährst du halt gegen die Säulen. Du musst dich halt so drehen. Ja, aber die Säulen explodieren, nicht du. Nein, du explodierst. Steine explodieren sehen. Oder bist du explodiert? Nein, ich hab's geschafft. Aber wenn... Ich fahr jetzt gegen eine Säule. Und die Säule ist explodiert. Und schon wieder. Und die Säulen explodieren. Weil das so Explodiersäulen sind. Ach so. Oh, ja, aber dementsprechend explodiert dein Auto Mira. Näh! Ich bin doch jetzt grad nicht explodiert. Hey, Pdinga, wie hat Liquid Breath mich schon wieder überholt? Weiß ich nicht. Du bist einfach kacke! Nein! Das geht jetzt aufuelt, Zeugs! Aufuelt, Zeugs! Wenn's so Aufuhlt Zugs gäbe, dann wär ich ja wohl nicht mehr fünfter. Nein! Och, ich hab mich verdrückt! Scheisse, Mann, ich hab den Checkpoint nicht erw이욕 geschafft! Ich auch nicht. Da fährt noch einer im Boot. Also ich bin nicht letzter. Ja, ich bin aber jetzt dritter. Egal, muss ich halt mit meinen Autoskills wieder überzeigen. Oh fuck. Du, niemals schräg in die Transformationsdicke rein. Ja, wieso? Du kannst ja auch das Auto drehen. Ja, aber nicht so, dass du dann... Ähm, halt rausfliegst. Alter, alter, alter. Was ist das für ein... Warum fliegen wir so knapp über den Berg? Jetzt kannst du links und rechts. Das konnte man davor auch schon. Ach so, hab ich gesehen. Oh, ich bin jetzt auch gleich ein Auto. Der Typ... Wie bist du da schräg reingegangen? Ähm, naja, ich hab halt davor... Seid ihr schon wieder Flugzeuge? Jetzt, ja. Runde zwei bin ich jetzt. Der, der mich überholt hat, ist jetzt einfach erster Junge. Ja, logisch. Der war dick abgeschlagen davor. Nein, ich bin der dritte. Ach so. Oh, mein Auto hat sich grad komplett gedreht. Gott weiß warum. Aber die Strecke hier finde ich noch relativ easy mit Fliegzeugen. Wo fliegt denn der hin? Ich bin vierter. Irgendwer... Der hat einfach nicht die Kurve genommen. Der ist geradeaus hochgeflogen. Ja, lass ihn doch. Ja, ist das seine Entscheidung, aber... Der Teil hier vom Rennen macht einfach am meisten Spaß. Welcher? Der Röhre. Ja. Bin ich auch bald. Also ich bin jetzt schon wieder ein Auto gleich. Jetzt. Und ich seh die Röhren. Dann müsst ihr gar nicht so weit weg fahren. Ja, nur noch 20 Sekunden. Ja, hätte ich den Scheiß Jackpot erwischt. Gut aufgeholt hab ich. Dann wär ich jetzt immer noch erster. Das halte ich für eine Lüge. Aber die Wahrheit. Nee. Kann die Karre nicht schneller fahren? Aber er hat das Rennen macht Spaß. Das ist gut. Ja, Mann. Wo seh ich denn, wie weit ich hinter den anderen bin? Y. Achso, weil wo ein Controller weiß ich's nicht. Nicht Dreieck. Warum? Ah, hier. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Oder? Doch. Zehn Sekunden hinterm ersten, vier Sekunden hinterm zweiten. Ja. Bei mir sind es sechs Sekunden. Hinter mir? Nein. Du bist 19 vor mir und der zweite ist 25 vor mir. Sind für mich sechs Sekunden. Und da steht zwischen euch zwei. Dann hat sich's vielleicht gerade geändert, weil der hat den Boost bekommen. Also der hat kurz vorm Boost. Achso. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall stand bei mir vier. Aber jetzt steht bei mir auch 5,3. Also das Boot, das hätten wir auch rauslassen können. No joke, das ist so langsam und das ist halt nicht mal schwer, weil... Das ist einfach nur ein Kreis verhandelt. Ja. Dann hätte man lieber noch nie so. Ist halt auch noch Bode, gell? Ja, aber ich fahr jetzt gerade raus. Naja, ich seh's. Dann hätte man irgendwie wenigstens Quads durch die Wüste. Oh, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ja, Digga, wenn ich jetzt hier Fettfingern... Ah, das eine ist schon explodiert, eine ist schon dagegen gehalten. Sag ich doch, das war ich. Die zwei, wo da fehlen. Danke. Die gehen nicht, da fliegt, da explodiert schon nicht. Da kannst du einfach dagegen fliegen. So. Hä, wieso sind die dann da? Einfach so? Für Menschen wie dich, wo es nicht wissen. Muss ich dann denken, Hilfe. Ich bin da kaum mit Schräg geflogen. Bin grad fast ins Wasser geflogen. Oh, Mann! Drück die ganze Zeit falsch. Was drückst du denn? Äh, hoch statt runter. Bei was? Beim Flugzeug. Hä, wieso hoch? Ja. Achso, um hoch zu fliegen. Ne, ich drück hoch, um runter zu fliegen. Deshalb drück ich falsch. Ich will runter, aber drück hoch. Ja, das muss ich machen. Bei mir ist das so. Digger, dieser eine Checkpoint hier. Ja, Bruder. Welcher eigentlich? Der, boah, der am Berg, wo du dann gefühlt kommenden Richtungswechsel fahren musst. Oh Gott. Ich hab meinen Flügel verloren. Ich bin tot. Lol, das Rennen ist hier ja zu Ende. Ja, zwei Runden. Ich bin gegen eine Röhre geflogen. Ja, passt. Dritter, ich hätte eigentlich erst da werden müssen. Oh Gott, ich hab noch 30 Sekunden. Aber das schaffe ich eigentlich, oder? Wo bist du gerade? Äh, Flugzeug, Ende. Relativ. Ich verwandle mich wieder zum Auto. Pff, genau. Ja, doch, dann schaffst du es, ey. Ja, okay, ich sieh's. Easy, Fjotter. Iiii. Oh Gott, wir fangen in der Luft an. Oh Mann, und was sind das für komische Flugzeuge, dass die... Weiß es nicht. Ey, meins fliegt runter, meins fliegt runter. Ah, jetzt. Ja, man kann es doch gar nicht streichern, Junge. Ey, das sind zu viele Flugzeuge, es wird gleich so dick explodieren. Na, solange es mich nicht trifft, ist mir das recht. Oh Gott. Um Gottes Willen, was soll der Scheiß? Oh! Nein, aber Checkpoint erreicht, jawoll. Ist ja gestorben. Nein, mein Dinger, mein Flügel ist abgerissen. Wie hast du das hingekriegt? Äh, ich bin weg. Oh, der Erste ist gestorben. Alter, der Joe... Alter, du Wichsbeutel. Oh, ich habe überlebt. Ey, da ist einfach gegen mich geflogen, der Hund. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade den Checkpoint noch geschafft habe. Oh Gott, das sieht nicht gesund aus. Wird das eine optische Täuschung oder es wird echt eng? Oh, es wird eng. Diese Boost-Dinger bringen beim Flugzeug eigentlich gar nichts. Nio, ich bin auf dem Motorrad. Doch, doch, das wird auch schneller. Ja, aber du minimal. Alter, hätte ich mal auf mich gewettet, Mann. In den Transaktions-Ding, äh, in den Transformation-Ding knallzt. Hätte ich mal auf mich gewettet, ey. Warum ist er so schnell mit dem gleichen Motorrad? Ja, weil er aufholt hat. Ah, er hat Windschatten gehabt. Ich bin auch direkt hinterher, also ich sehe euch beide. Siehst du mich wie ich ihn abziehe? Ich sehe nur zwei Motorradfahrer nebeneinander. In der rechten. Aber wieso konnte man nur das Motorrad auswählen eigentlich? Weiß ich nicht. Aber das sieht nicht gesund aus, was hier gerade passiert. Warum habe ich vier Sterne? Ja, weil du jetzt dieses Ding wahrscheinlich bekommst. Dieses Militär-Ding. Und dann wirst du halt attackiert oder so, weißt du. Ne, keine Ahnung. Hä, ich hab keine vier Sterne. Bei mir blinken die vier Sterne. Aber wieso sollten die das davor einfach so einstellen, so, ah ja, du kriegst jetzt vier Sterne. Weil du gleich das Fahrzeug kriegst. Ja, weil... Achso, ja, keine Ahnung. Oh ja, wir kriegen es halt echt. Sag ich doch. Und die Polizei und so schon da. Und da kommt halt aufs Militär. Wahrscheinlich, weil du erster da warst, ne? Bin ich aber zweiter. Ja, aber zu dem Zeitpunkt warst du wahrscheinlich erster. Ich bin vierter einfach irgendwie was, weil die Scheiße. Ich hab ihn gegen die Wand gedrängt. Oh nein, alter, nein, 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 nein. Das war keine gute Idee. Junge, wir sind alle nebeneinander gerade. Aber bin ich gut, weil... Ich mich hat's gedreht, Alter, nein. Och Mann, bin ich Fiat da. Hä, wie du bist? Hä? Was? Oh, was ist das? Man muss fliegen. Wie, wie mach ich den scheiß Boost? Oh, auf E. Okay. Hä? Ich weiß nicht, wie's auf dem Controller geht. Ich hab verkackt. Äh, ich glaub den linken Stift rein. Ah ja, lol. Scheiße, ja, ich hab verkackt. Fuck, Mann. Ey, Mann, was soll der Scheiße? Das ist so unfair. Ja gut, aber ich... Oh, ich bin sogar Zweiter. Krass. Jetzt bin ich Erster. Weil der Ander seinen Boost nicht die ganze Zeit benutzt. Oh, jetzt hat er den Schatten, da wächst beide. Oh, Runde 2. Mit 4 Sternen. Alter, weißt du, ist doch noch der gleiche, der mich vorhin... Junge! Hör doch auf! Das ist eigentlich übelst geil, aber ich hab halt dick verkackt. Der hat das schon wieder, hat er sich in meine Flügel eingemischt. Der Hund. So wie ein Runde 1. Oh. Bin hier grad extrem nah am Dings. Am Rand gewesen. Ja, das bin ich auch da die ganze Zeit irgendwie. Wo ist eigentlich eher Erster? Oh, er ist da oben. Alter, der ist aber auch extrem nah an der Decke grad. Wie viele Runden sind denn da, sag ich? Zwei. Also jetzt ist die letzte. Aber geil, dann dürfen wir nochmal attackieren. Ja, Mann. Hä? Er ist gerade einfach bei mir verschwunden. Jetzt ist er hinter mir. Was ist da passiert? Ja, respawned wahrscheinlich. Nee. Er war so... ...10 Meter vor mir und jetzt schon 10 Meter hinter mir. Vielleicht hat's gehangen. Ja, das kann sein. Oh, Bunny hat verlassen. Also bin ich letzter grade. Jetzt schon wieder, hä? Was stimmt das? Ich bringe ihn ins Schleudern. Oh, er hat mich ins Fliegen gebracht. Mit dem Motorrad. Alle, Junge, ich bin 24 Sekunden hinter euch. Ich bin Erster. Nee. Doch. Bei mir nicht. Bei mir schon. Ah, jetzt bist du Erster, Alter. Problemlos. Nioo. Ich sehe den zweiten schon gar nicht mehr. Ja, okay. Zwei Sekunden hinter mir. Jetzt bin ich halt echt Letzter. Ja, wieso? Weil der andere, Adrian, auch gequittet ist. So einer. Ich bin gleich wieder das Dings, das Fahrzeug. Wow, ich bin grad unnormal schnell in der Höhe. Ich bin das Fahrzeug. Blong. Als ob du so weit bist. Nioo. Loll. Ich will das sehen, wie die da drüber fliegen. Ich bin jetzt bei den ganzen Boost-Teilen erst. Jetzt im Looping. Jetzt im Looping. Alter, Rollerfahrer, ciao. Ey, nein! Ey, hast du's gesehen? Nein, ich hab aber gesehen, dass du gestorben bist. Ich bin auf dem Looping gewesen. Weißt du, was passiert ist? Ich bin auf dem Helikopter gelandet und explodiert. Oh, oh, oh. Eigentlich musst du den Clip speichern. Ich hab den Clip aber nicht. Weil wir haben grad die Dings, die, ähm, die Runde von Polizei mich gerammt, als ich grad den Boost-Teilen gesetzt hab mit dem Motorrad, mit dem Raketen-Motorrad. Ach komm schon, schaff ich's, schaff ich's, schaff ich's. Nein! Nein, ich hab's nicht geschafft! Ich fahr, oh nein, jetzt ist er erster, ja. Ja, GG. G, jetzt hier, es hebt nicht mehr ab. Nein, hör doch auf, du Drecks-Motorrad. Es geht nicht mehr hoch? Was ist das? Alter, wie, wie lächerlich ist das denn? Du bist vor mir. Mein Junge, ich hab' wieder fast ne Dinger herrschst. Junge, mein, das Motorrad fährt nicht mehr hoch bei mir. Es fliegt nicht mehr. Dann respawn. Mach ich doch die ganze Zeit, weil ich stirb! Ich, ich, es klappt nicht. Was ist denn das? Kann man da mehr Anlauf nehmen, oder was? Also ich hab's als Zweiter jetzt geschafft. Ja, weil mein Motorrad nicht hoch fliegt. Nein, 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 das liegt alles damit. Das liegt alles mit dem Skill zusammen. Es fliegt nicht mehr. Du kannst vergessen. Aber, das Ding ist, ich wär' auch vorne dabei gewesen die ganze Zeit. Schau mal, es kommt nur noch bis zum Anfang vom Pfeil. Ciao. Jetzt kommt's gar nicht mehr. Du fliegst zuerst leicht nach oben und gib dir danach den Boost. Soll ich denn leicht nach oben fliegen, ohne Boost? Ja, hattest du die... Ja, du hattest auch nicht die Flügel draußen. Wie sollen die raus? Also bei mir geht's mit X. Keine Ahnung, wie's bei dir geht. Alter, ich wär' so hart Erster geworden, Mann. auch nicht die Flügel draußen sein. Und da wird das, wenn ich michPlayer rein schaue, 沒有 efficacy за meineigkeit und durch ein See. Ich fragiere mich, aber noch nicht. Vielen Dank.